Herzlich willkommen zum dritten Teil des Webinars heute. Diesmal wollen wir über die Mass-Floor-Controller reden, die in Fermentation und ähnlichen Prozessen eingesetzt werden. Mein Name ist Johannes Eichert. Ich bin Field-Segment-Manager bei der Firma Birkert für den Bereich Gas und damit auch für diese Produktreihe Mass-Floor-Controller zuständig. Was haben Mass-Floor-Controller mit Fermentation zu tun? Jede Labor oder Pilot- oder Produktionsanlage in diesem Bereich enthält diverse Komponenten, um die Flüssigkeiten zu regeln, aber immer auch eine Gasregelung, eine Gaseinspeisung. Und die Gasmenge, die eingespeist wird, muss geregelt werden, deswegen hängt das miteinander zusammen. Man produziert hier eine Form von künstlicher Atmosphäre oder optimaler Atmosphäre für die entsprechenden Bioorganismen, die dann über der Flüssigkeit sein kann und genau auch in die Flüssigkeit eingeblasen, eingeblubbert wird. Was ist jetzt das Besondere an so einer Gasregelung? Was brauche ich da? Zunächst mal, ich habe irgendeine Form von Gasversorgung. Man synthetisiert eine Art Atmosphäre. Das heißt, ich habe die typischen Luftgase, Stickstoff, Sauerstoff dabei. Häufig nimmt man auch Luft mit in dem Zusammenhang als Ausgangspunkt. Und wenn die Mikroorganismen das entsprechend benötigen, kommt auch CO2 dazu. Das heißt, ich brauche auch immer irgendwo eine Gasregelung, weil ich brauche natürlich die richtigen Mengen. Wie viel ich brauche, hängt meist von der Behältergröße ab. Was ich brauche, in welchen Verhältnissen zueinander, das hängt vom Prozess ab, den ich betreiben will und von den beteiligten Mikroorganismen. Habe ich Batch-Prozesse, kommt noch erschwerend hinzu, dass ich zu Beginn des Prozesses in der Regel relativ einfache, kleine Mengen habe, brauche ich eine geringe Anzahl Mikroorganismen. Gegen Ende des Prozesses ist diese Anzahl deutlich höher, sodass ich dann entsprechend mehr Gas habe, weil die Kleinen gerne mehr Gas verbrauchen. Ansonsten stellen die hier eigentlich die gleichen Anforderungen wie auch den Rest an den Rest der Anlage. Das heißt, um hier keine unnötigen Kontaminationen oder Beschädigungen des Prozesses reinzubringen, hätte ich gerne Komponenten, auch in der Gasregelung, die konform zu FDA oder USP Classics oder EG 1935 sind, einfach um den Prozess sicher durchführen zu können. Ansonsten ist es aus Sicht der Regelung, das ist eine relativ einfache Geschichte. Ich habe einen relativ langsamen Prozess. Was ich dann aber brauche, ist eine gute Stabilität der Regelung, gerade weil solche Prozesse Stunden und Tage dauern können. Und da es wiederholbar sein soll, brauche ich natürlich auch entsprechend eine hohe Reproduzierbarkeit, um den vorhandenen erprobten Prozess sicher wiederholen zu können. Was ist jetzt die besondere Schwierigkeit mit Gasen, was die Regelungsseite betrifft? Das Problem mit Gas ist, dass sein Volumen nicht sauber definiert ist. Das ist kompressibel, kennt jeder, Luftpumpe kann ich zusammendrücken. Und das macht es natürlich schwierig, ein Volumen zu messen. Zumal jetzt hier in so einem Prozess auch die Frage ist, was brauche ich jetzt eigentlich? Brauche ich eine Anzahl Moleküle? Gibt es also eine Gasmasse oder brauche ich ein Gasvolumen? Technisch werden diese Begriffe häufig gemischt. Man spricht sowohl von einem Volumenfluss als auch von einem Massenfluss. Mein am Ende die gleiche, in Anführungszeichen, Menge. Nur um die Unterschiede jetzt mal bei dem Volumina kurz zu verdeutlichen, wenn ich so einen Liter bei sechs Bar habe und expandiere den nach der Regelung auf ein niedrigeres Druckniveau, dann steigt das Volumen deutlich an. Habe ich es dann im Fermenter vielleicht auf noch etwas weniger Druck mit noch temperativen Temperaturen, habe ich aus einem Liter auf einmal fast sieben Liter gemacht. Das heißt, wenn ich das Ganze als Volumenfluss betrachten will, muss ich irgendwelche Hilfsgrößen mit dran ziehen. Und das ist in dem Fall Druck und Temperatur. Die muss ich mitkennen, indem man, das ist ja anschaulich klar, indem man durch Gas zusammenschiebe, steigt der Druck. Und die Temperatur hat dann auch ähnliche Einflüsse. Netterweise erlaubt uns die Physik hier, das relativ einfach in Zusammenhang zu setzen. Es gibt einfach eine allgemeine Gasgleichung, die sagt, Volumen mal Druck geteilt durch die Temperatur ist eine Konstante. Das heißt, ändert sich der Druck, ändert sich das Volumen und oder die Temperatur. Das heißt aber für uns natürlich in der Praxis, wenn wir Volumenströme vergleichen wollen, brauchen wir für die Volumenströme eine Referenz. Wir müssen den Volumenstrom, können wir nicht nur sagen, das sind so und so viele Liter pro Minute, sondern ich muss sagen, bei welcher Temperatur und bei welchem Druck oder ich muss es wissen. Um das Ganze zu vereinfachen, haben sich da Standards gebildet. Und dann findet man bei solchen Angaben in der Regel immer etwas wie Normliter oder Standardliter. Und es bezieht sich dann bei den üblichen Standards immer auf Atmosphärendruck, also 1013 Millibar. Und bei den Temperaturen gibt es verschiedene. Das macht es etwas kompliziert. Ich kann sowohl Bezüge auf 0 als auch auf 20 Grad finden im industriellen Umfeld. Muss man genau auch hinschauen, auf welchen Wert, Referenzwert sich da Angaben beziehen. Denn mische ich jetzt zum Beispiel Geräte, die unterschiedlich kalibriert sind, die einen auf Norm, die anderen auf Standard, liegen dazwischen über 7 Prozent. Man sucht mal ganz schnell einen Fehler, der nicht da ist. Wie messe ich jetzt so einen Gasvolumenstrom oder Gasmassenstrom? Wie mache ich das jetzt? Denn wenn ich es regeln will, muss ich es ja zunächst mal messen. Jeder kennt sich an der Gasuhr. Empfindet die vielleicht auch ein sehr genaues Verfahren. Immerhin bezahlt man seine Gasrechnung danach, also muss das Ganze eichfähig sein. Aber so eine Gasuhr funktioniert wunderbar bei dem bekannten Druck in der Erdgasleitung und der bekannten Temperatur, mit dem das Gas aus dem Boden kommt. Im industriellen Umfeld ist es sehr viel mehr Aufwand. Man müsste dann Druck und Temperatur mitmessen und die Mechanik auch entsprechend auf die höheren Drücke anbauen. Gibt es, ist aber dann relativ aufwendig. Aber ansonsten ist die Gasuhr nicht geeignet. Schwebekörperdurchflussmesser, hat sicher jeder auch schon gesehen, gibt es für Flüssigkeiten, gibt es für Gase. Bei Gasen habe ich auch hier wieder das Problem, ich bin sehr stark druck- und temperaturabhängig. Gibt da Flüssigkeiten keine so eine Rolle, da hängt es eher an der Viskosität. Ist also jetzt für eine Messung auch nicht so gut geeignet, aber ist natürlich ein schönes optisches Anzeigergerät. Eigentlich wollen wir ja eine Masse messen regeln. Das heißt, auch massenmessende Verfahren liegen jetzt hier nahe. Das ist zum Beispiel dann das sogenannte Coriolis-Prinzip oder Coriolis-Verfahren. Es ist technisch relativ aufwendig, aber es ist ein genaues Verfahren und es misst tatsächlich wirklich eine Masse und nichts anderes. Das Problem jetzt hier ist, dass wir, wenn wir über kleine Gasmengen reden und damit auch über kleine Gasmassen, einfach diese Verfahren da an die Grenze stoßen. So kleine Massen kann ich damit nicht messen. Wird aber durchaus bei großen Gasmassen benutzt. Wenn ich jetzt in so große Erdgasleitungen reingehe, findet man das. Ein anderes einfaches Verfahren sind die Turbinenflügelräder. Ein Gasstrom dreht ein Turbinenrad, aber ich habe die ähnlichen Probleme wie beim Schimmelkörper. Gute, ein bisschen optische Erkennbarkeit, aber eine starke Abhängigkeit von Druck und Temperatur des Gases. Besser funktioniert es da schon, wenn ich den Gasstrom über eine Blende abfallen lasse. Dann kommt ein Druckabfall. Dieser Druckabfall ist abhängig von der Größe der Blende und vom Gasstrom. Die Abhängigkeit von der Viskosität spielt bei Gasen keine große Rolle, aber ich sehe natürlich trotzdem noch Druck und Temperatur des Gases. Das kann ich aber, wenn ich sowieso eine Druckmessung mache, mit erledigen und dann zusätzlich noch Temperatur des Gases erfassen und kann damit recht gut über einen relativ weiten Bereich auch eine Durchflussmessung machen. Findet man in der Praxis so auch. Und das am häufigsten verbreitete Verfahren ist dann über eine Ausprägung der thermisch-animometrischen Verfahren. Ich benutze hier den Effekt, dass ein, wenn ich ein geheiztes Element irgendwo im Gasstrom habe, die vorbeiströmenden Atome und Moleküle diesem Fühler Energie entziehen, Wärme entziehen. Und das ist in erster Näherung abhängig von der Anzahl der Atomen oder Moleküle, die vorbeikommen, und damit von der Masse und relativ unabhängig vom Druck und Temperatur. Für diese Geräte oder für diese Technik gibt es verschiedene Ausprägungen, Bauformen. Auf die will ich jetzt im Folgenden eingehen. Zum einen haben wir hier einen Kapillarsensor. Ich zweige eine kleine, vielleicht 0,5 Millimeter Durchmesser, Kapillarröhrchen ab aus Edelstahl. Brauche dazu einen Strömungsteiler, damit natürlich nur ein Teil der Strömung darüber auch abfließt. Der muss einen gewissen Strömungswiderstand machen. Ist entsprechend filigran aufgebaut und damit leider etwas verschmutzungsanfällig. Messen tue ich mit der Sensorik auf der Kapillare. Das heißt, mit meinem Medium kommt wirklich nur die Kapillare in Berührung. Und von der physikalischen Seite habe ich hier relativ gute Möglichkeiten, umzurechnen auf andere Garten. Das ist durchaus ein Vorteil. Ich muss eigentlich die Verschmutzungsanfälligkeit berücksichtigen. Und ich habe hier einen relativ hohen Differenzdruck. Ein anderer Ansatz ist, hier einen relativ großen Sensor zu nehmen, den ich einfach mitten in den Messkanal reinhänge. Der hat jetzt direkten Mediumskontakt. Das hat den Nachteil, dass meine Kennlinie nicht linear wird. Auf der anderen Seite habe ich jetzt hier kaum Verschmutzungsanfälligkeit, weil ich mit meinem Sensor ja ohne Strömungsteiler direkt in einem Hauptstrom drin hänge. Das bedeutet auch, dass wenn ich jetzt ein Gerät habe, das für zum Beispiel Luft kalibriert ist oder für Stickstoff, ich das nicht einfach so an CO2 einsetzen kann. Da brauche ich dann eine Umkalibration. Oder beziehungsweise Kalibration auf das entsprechende Echtgas. Ähnlich sieht das aus, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich nehme eine Bypassleitung, setze in diese Bypassleitung, auch natürlich mit einem Strömungsteiler verbunden, wieder einen Sensor direkt innen rein. Der Bypass wird größer gewählt. Der Sensor ist kleiner als jetzt im Fall des Hauptstroms. Damit komme ich dann an deutlich kleinere Mengen ran, weil ich hier in so einem Nebenkanal vielleicht noch einen halben Liter pro Minute durchschicke. Hier vereine ich so ein bisschen die Vor- und Nachteile von beiden Systemen. Ich habe nach wie vor die hohe Messgenauigkeit. Ich kann sehr weit runter messen, muss aber trotzdem noch auf eine Echtgaskalibration eingehen. Egal welches Verfahren Sie jetzt praktisch einsetzen, wir können es benutzen, um jetzt in einem Massenflussregler hier erstmal den Durchfluss zu messen. Darüber setzen wir dann einen Regler und danach brauchen wir einen Stellglied, über das wir dann jetzt gleich reden. Und neben dem Stellglied muss ich dann noch darüber mir Gedanken machen, wie binde ich das jetzt in meine Anlage ein, wie sieht die Kontakt zur Automatisierungstechnik aus. Was habe ich jetzt beim Faltventil und was habe ich beim Proportionalventil? Wenn man Absperrventil nimmt, ist es so, in dem Moment, wo der Strom hoch, die Magnetkraft und damit der Strom durch die Spule hoch genug ist, dass sich der Kern bewegt, verringert sich der Luftspalt, damit nimmt die Kraft automatisch zu und dann schnallt das Ding um und ist geschlossen. Ist die Kraft hoch genug, wenn der Kern zu bewegen, bleibt es offen. Wenn ich jetzt regeln will, muss ich stabile Zwischenzustände haben und dazu kann man ein solches Absperrventil umbauen, konstruieren. Ich muss jetzt die Geometrien des Luftspaltes entscheidend verändern und dann kann ich es erreichen, dass ich Kennlinien bekomme, die stabile Zwischenzustände erlauben. Sieht jetzt auf dem Bild kompliziert aus, kann man auch eine Viertelstunde darüber reden, um das in der Tiefe zu verstehen. Wichtig ist nur, jetzt in der Praxis heißt das, ich habe jetzt hier mein Ventil, ich habe eine Feder, die wirkt schließend, ich habe eine Magnetkraft, die wirkt öffnend. Dazu kommt noch, weil ich es untersitz anströme, der Mediumsdruck, der gegen den Kern schiebt und es gibt für jede Stellung des Kerns einen stabilen Zustand aus diesen drei Kräften. Das heißt, ich kann über die Magnetkraft sehr gut beeinflussen, welche Kernstellung ich annehme und welchen Durchfluss ich bekomme. Wir hatten eben noch kurz über das Absperrventil gesprochen. In der realen Anlage brauche ich häufig auch dann noch irgendwo die Möglichkeit, die Gasleitung abzusperren. Kann ich das jetzt mit so einem Ventil machen? Eigentlich ja, denn auch hier habe ich wiederum, ich habe meine Federkraft, die ist im Vergleich zu normalen Absperrventilen deutlich stärker, bedingt durch die etwas andere innere Konstruktion. Ich habe dann nur noch meine Mediumsdruck, die dagegen drückt und solange der Mediumsdruck nicht höher wird als die Federkraft, ist dieses Ventil geschlossen. Das heißt, bei relativ geringen Mediumsdrucken ist sogar im Vergleich zu normalen Absperrventilen die Federkraft deutlich höher. Das heißt, die sind eigentlich sogar fester geschlossen. In der Praxis heißt das, wenn Sie nicht aus Sicherheitsgründen, weil sich dieses Ventil ja durch zu hohen Mediumsdruck öffnen könnte, eine sicherheitsgerichtete Absperrung brauchen oder eine doppelte Absperrung, kann man das Proportionalventil durchaus als ein Absperrorgan auch betrachten. Jetzt haben wir uns eine Weile über die Technik unterhalten, wie messe ich, wie regele ich dann. Das Ganze muss jetzt natürlich auch noch eingebunden werden in meiner Anlage. Das heißt, ich habe irgendwo eine Schnittstelle an der Regelelektronik dran, die den Sollwert sieht, den Istwert vom Durchfluss zurückmeldet. Das ist so der ganz einfache, klassische Fall der Praxis, wenn Sie heute über Industrie 4.0 nachdenken, hätten Sie natürlich möglicherweise noch viel mehr Informationen. Sie möchten wissen, wie hoch ist der Ansteuergrad des Ventils, ist die Mediumstemperatur, gibt es irgendwelche Fehlfunktionen, man könnte Volumenzähler integrieren, die muss man irgendwie auslesen. Das alles geht nicht. Da brauche ich natürlich eine entsprechend geeignete Schnittstelle dafür. Was ich immer an solchen Geräten habe, ausgehend von modernen Geräten, die intern digital aufgebaut sind, ich habe immer irgendeine Form von digitaler Parametrierschnittstelle, über die die Geräte zum Beispiel kalibriert werden oder auch parametriert. Die einfachste Form der Einbindung in der Anlage ist die klassische, man kann fast sagen uralte, analoge Schnittstelle. Das sind so Signale wie 20 Milliampere, 0 bis 10 Volt. Die gehen dann an der SPS, heute in der Regel auf ein I.O. System oder auf ein I.O. Car SPS, und da ist die Steuerung dahinter angeschlossen und bekommt so zumindest das Signal, wie hoch ist mein Durchfluss und gibt raus, wie hoch der Durchfluss sein sollte. Weitere Informationen kann ich praktisch kaum erhalten, außer vielleicht ein Binärsignal, Quäler, ja, nein. Ist heute für viele Anforderungen ein bisschen wenig. Hier kann man dann weitergehen und sagen, wir binden die Feldgeräte über eine Ethernet-Schnittstelle an, damit habe ich Zugriff auf alle Informationen, die im Gerät vorhanden sind. Und um den Preis der Ethernet-Schnittstelle macht das Gerät natürlich aufwendiger und teurer. Ähnlich sieht es aus, wenn ich Profibus-Vernetzung habe. Auch hier kann ich Geräte mit einem entsprechenden Profibus-Interface bekommen, das dann über das passende Gateway rausgeht. Wir haben vorhin gesagt, es gibt diese Parametrie-Schnittstelle. Bei Birgert haben wir es an anderen Geräten auch schon gesehen, an der Ventilinsel zum Beispiel oder im nächsten Vortrag, wenn Sie auch sehen, wir haben eigentlich ein sehr großes Programm von intelligenten Geräten und die basieren inzwischen alle auf einer einheitlichen Plattform und damit auch auf einer einheitlichen Schnittstelle. Und diese Schnittstelle ist untereinander vernetzbar. Das bedeutet, ich kann auch die Parametrier-Schnittstelle in Anführungsstrichen als einzige Schnittstelle am Gerät nehmen, keine andere einbauen, damit habe ich letztendlich die preiswerteste Version, braucht dann ein entsprechendes passendes Gateway, auch wieder auf die Steuerung, ist also soweit verschieden vom Profibus nicht. Vorteil ist, ich könnte hier auch zum Beispiel Ventilinseln, Prozessventile, die in der Anlage vorkommen, auch gleich mit einbinden. Welchen Weg auch immer Sie wählen an der Stelle, am Ende sieht Ihre Anlage jetzt aus Sicht der Gasversorgung so oder so ähnlich aus. Ich habe bis zu vier Gasversorgungen, die gehen auf zwei Einspeisepunkte an meinem Fermenter. Ich mische mir meine Gase relativ frei zusammen, zu der künstliche Atmosphäre ich haben will und habe damit praktisch acht unabhängige Gasdurchflussregelkreise, die von meiner Steuerung verwaltet werden, angesteuert werden. Die Gasmenge, die ich brauche, die gibt mir der Prozess, der Fermenter, der Behältergröße und der Prozess vor. Das muss ich in Maskelo-Kontrolle entsprechend auslegen. Wenn Sie die MFCs angucken von ihrer Sensorik her, muss ich natürlich auch entsprechend, um große Regelbereiche zu kriegen, das über einen Sensor, eine Sensorkanalauslegung, eine Auslegung vom Strömungsteiler hinbekommen. Und genauso hat auch das Stellglied eine endliche Leistungsfähigkeit. Es kann nicht beliebig weit zumachen, ohne nicht dann irgendwann geschlossen zu sein. Von daher sind meine Erfahrungen 1 zu 100 bis 1 zu 200 seriös machbar, um auch einen stabilen Regelprozess zu erreichen. Und wenn ich jetzt nochmal an die Zulasserkonformitäten, an die hygienischen Anforderungen denke, solche Geräte lassen sich aus Edelstahl bauen, der auch mit Werkszeugnissen in Verbindung entsprechend konform zu FDA ist oder den Anforderungen, die Sie von der Anlage her haben. Das Gleiche gilt für die Dichtwerkstoffe, so dass wir heute USB, FDA, EG1935 konforme Mass-Flow-Controller aufbauen können. Allerdings mit leichten Einschränkungen. Es wird nicht alle Geräteausführungen mit diesen Zulassungen geben, weil bei sehr kleinen oder sehr großen Durchflüssen haben wir die entsprechenden Varianten noch nicht zur Verfügung. Aber grundsätzlich sind Sie damit frei, Mass-Flow-Controller einzusetzen. Damit bin ich am Ende von dem, was ich als Vortrag jetzt hier vorbereitet habe. Lassen Sie mich kurz gucken, ob da noch ein paar Fragen reingekommen sind. Und auf die eingehen. Zum einen nochmal die Frage, warum kann man nicht einfach von einem Gas, wie zum Beispiel Kohldioxid, auf ein anderes in Luft umrechnen. Bei manchen Herstellern geht das. Ja, es geht dann, wenn Sie einen Kapillarsensor als Basis haben, da funktioniert das. Weil uns da die Physik die Möglichkeit gibt. Da habe ich einfach lineare Kennenlinien vom Aufbau des Sensors. Die physikalischen Formen, die bei den Sensoren dahinter der Erfassung liegen, die jetzt einen direkten Mediumskontakt haben, die sind wesentlich komplexer. Und ich habe auch das Problem, dass ich jetzt nicht nur einen Faktor brauche, sondern ich kriege unter Umständen auch eine Nullpunktsverschiebung. Gerade bei den relativ großen Gehäusen, wenn Sie jetzt hier einen makroskopischen Sensor drin haben, entsteht eine Eigenkonvektion, die dazu führt, dass auch im Stillstand der Sensor ein gewisses Signal sieht, eine gewisse Strömung sieht, weil es eine Wärmequelle im gesamten Innenvolumen ist. Und das muss ich auch kompensieren, dass von Gas zu Gas verschieben, und speziell CO2 hat ein bisschen hässliche thermodynamische Eigenschaften, dass dann die Kellen noch zu weit abweichen. Netterweise funktioniert Sauerstoff, Stickstoff sehr ähnlich zueinander, sodass also die drei Hauptgase nicht aus einer Kalibration ableiten. Dann die Frage, warum kann man nicht ab Null regeln? Ich habe es versucht, eben schon ein bisschen anzusprechen. Zum einen, egal ob man jetzt einen Hauptkanal hat oder eine Kapillare mit einem Kanal oder dem Bypass, es ist ausgelegt auf eine gewisse maximale Strömungsgeschwindigkeit und das orientiert sich daran, was ich an maximalen Durchfluss haben will. Die Strömungsgeschwindigkeit bei minimalem Durchfluss ist natürlich dann entsprechend ein Faktor 100, ein Faktor 200 kleiner und wird langsam so klein, dass ich in einen Bereich komme, wo das Signal wesentlich zu langsam kommt oder auch das Sensorrauschen eine Rolle spielt. Dazu kommen, wenn man jetzt größer ausgedehnt Anlagen betrachtet, noch Effekte, dass in dem und wo ich die Gasaktor ändere, verschieben sich dann auch schon wieder Strömungen, was bei der Kalibration schwierig wird. Also es wird im Detail sehr kompliziert und vor allem es wird sehr ungenau. Wenn Sie Fehlerbetrachtungen machen, stellen Sie dann fest, dass Sie im unteren Bereich durchaus im Bereich zweistellige Prozentzahlen für die Fehlerangaben kommen und dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr, wenn das Ganze nur noch in Schätze heißen wird. Und der andere Punkt ist, auch das Proportionalventil kann nicht beliebig weit zumachen, weil wir dann irgendwo in den Bereich kommen, wo der Kernaufrichtung ansetzt und das Ventil eigentlich nur noch eine Form von gesteuerte Leckage hat. Also deswegen haben wir da einfach nichts. Leider. Gut, das wäre es. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und nach einer kurzen Pause kommt der vierte Teil dieses Webinars. Vielen Dank.